Hallo meine lieben wir machen jetzt knusprige chips aus dem ofen und zwar ich habe hier einmal Kartoffeln, Öl, Salz, Kräuter der Provence, Paprika und Knoblauch. Das ist natürlich total flexibel ob man das so macht man kann natürlich auch nur Salz und Paprika nehmen oder nur Salz. Das sind jetzt die Zutaten für die ich mich entschieden habe und jetzt seht ihr hier schon mein Gerät mit dem ich das jetzt mache. Allerdings zeige ich euch nachher auch noch eine andere Variante und zwar ich stecke mir jetzt hier mal die Kartoffel auf, mache das mal ein bisschen auf die Seite, feste einstecken und dann wird gedreht. In dem Falle lasse ich jetzt die Schale dran. So hier habe ich noch eine Schüssel, da habe ich nämlich schon mal eine Kartoffel probiert und dann haben wir unsere feinen Chips. Jetzt ist mir natürlich auch klar, dass nicht jeder dieses Gerät hat. Ich habe es ja auch noch nicht lange und es war auch eher Zufall, dass ich das gesehen habe. Und da habe ich mir überlegt, wie kann man sonst noch machen. Natürlich über eine Reibe, eine Handreibe. Allerdings, wie ihr seht, die müssen halt sehr sehr dünn werden, damit dann auch schön der Knusper-Effekt kommt und deswegen habe ich mir gedacht, sonst einfach mit dem Kartoffelschäler dauert halt ein bisschen länger, aber es geht ja darum, dass es am Ende funktioniert und so geht es halt auch. Wenn man das dann einfach so schälen wird, dann wird das auch ganz fein. Also nur, dass ihr dann nicht denkt, naja, was mache ich jetzt in dem Falle. Also es geht auch so, aber weil ich ja jetzt das Gerät habe, werde ich das jetzt damit machen und dann würzen wir das Ganze und dann geht es auch gleich schon weiter. Achso, das muss ein bisschen zur Seite. So, ich habe jetzt, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, vier Kartoffeln. Also das gibt auch eine ganz schöne Menge. Jetzt tun wir das Ganze ein bisschen mit Öl, also mit Olivenöl sozusagen bepinseln oder ich tue es ja mit der Hand gleich verkneten. Dann in meinem Fall Kräuter der Provence, dann Paprika, das ist ein bisschen ein langer Stiel von den Kräutern und Knoblauch und natürlich Salz. Und jetzt tun wir das Ganze mal schön mischen. Dann müssen wir das Ganze nur noch auf unser Blech geben und etwas verteilen. Und dann kann das Ganze auch schon ab in den Ofen. So, jetzt sind wir auch schon wieder fertig und zwar bei mir, muss ich jetzt sagen, waren die Chips so 45 Minuten im Ofen. Ich denke aber, wenn ihr nicht so einen uralten Herd habt wie ich, dass es da schneller geht. Daher richtet euch nicht ganz nach den 45 Minuten, sondern kontrolliert es rechtzeitig. Und was ich noch gemacht habe, wo das Öl dann ein bisschen auf dem Backpapier war, habe ich so nach der Hälfte der Zeit die Chips einfach aufs Backblech gegeben. Also ohne Backpapier, damit die dann einfach noch knuspriger werden. Und genau, das waren die zwei Dinge. Jetzt wollen wir ja mal den Grunchy-Test machen. Richtig lecker. Ja, und dann habe ich euch eigentlich auch schon alles gesagt. Mund leer machen. Und dann kann ich nur sagen, macht es nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, ihr seht uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss. Musik